Geht weiter mit Star Fox Adventure? Also er hat schon aufgekommen. Ich weiß. Wir versuchen jetzt gerade was. So. Also. Wir nehmen jetzt eine Rollbahn. Haben wir jetzt angenommen. Ok. Tricky. Gehen wir bald. Wieder was zu futtern. Oh Gottchen. Das macht einfach Aua. Sag mal lol. Ich hab nicht gewusst was das Aua macht. Das macht mir Aua. Also ich find das immer witzig. Die sind echt blöd. Die fallen echt immer hin. Das lebt dir nicht. Was ist das? das ist gar nicht also das ist fies gemacht worden eigentlich das findet man als erstes gar nicht Wasserkraft tricky es sind insgesamt vier jetzt brauchen wir noch einen und ich weiß auch wo der ist ähm verdammt jetzt besiegen wir erstmal das Ding also den Löwenlein Gegner ja du darfst mich jetzt vorbeilassen ja du darfst mich jetzt vorbeilassen das ist ein guter Trick eigentlich um ähm da vorbeizukommen ich fühle mich irgendwie missverstanden heute so ähm ahhhh hier ist nämlich die Erweiterung drinnen also für den Stabmarkileter man sieht es ja eigentlich auch etwas das ist fies gemacht das ist scheiße denn das ist nämlich ähm im 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 kann ich nur mit der Kanone da die da hinten ist freilegen goldfaden so so Nö ne wie wäre die gleiche fahre nein nur sollte sie leider da hochklettern auch Gott ist das jetzt nicht der ist schon wieder ruhig oh Gott das ist eigentlich die Giftcover oh Gott oh mein Gott ich muss tatsächlich in die Giftcover das ist gleich eine giftige Cover glaube ich wenn ich mich recht erinnere kann sein dass man mich jetzt nicht versteht weil ich möchte jetzt nicht so laut reden oh nein oh nein oh Gott da tatsächlich da ist nein ich glaube es nicht so eine andere eine andere eine 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 ein alles sind eine 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 Gibt's da? Etzat! Da streckt nämlich jetzt Gift draus So, ähm Schneller, Fox So, ähm Du schaffst es, Fox Naja, bei dem du sie jetzt Andere Seite Andere Seite Ich hab sonst nie so lange gebraucht Jetzt hat Lichter sich alles Jetzt wird die Luft ja auch wieder klarer Dadurch konnte ich jetzt halt das, ähm Konne ich die Königke jetzt befreien Die Klausurale Königke Ähm, so Jetzt geht's mal raus Tricky hab ich schön gewartet Höhöhöh Oh Gott Oh Gott Runner Shoo shoo Go away, Cloud Runner Get away Hey, have you two met? He is an Earthwalker I am a Cloud Runner Our tribes do not see eye to eye His father has probably been saying bad things about me Who locked you in there? General Scales General Scales Who else? You see, I am the queen of the Cloud Runner tribe and also its gatekeeper That guy needs to be taught a lesson Where is he now? He used my powers to open a path to the Cloud Runner fortress I must return there to help my tribe I'm gonna need that spellstone Looks like you've got yourself company, lady Heavy I'm returning to the Arwing Can you make sure it's ready for takeoff? Wait a minute There's no way I'm going up to her fortress Okay, you can sit this one out We'll head back to Thorntail Hollow Then you can wait there for me to return I'll meet you at the fortress Good luck Hehehe This is irgendwie shallow Oh god Woah, that is his Woah Woah oh da ist er schrocken jetzt hab ich schon gedacht, ich schieße wieder auf mich ich schaffe es? nein, ich hab dahin gezieht ich schaffe es? ja, ich hatt's geschafft wir sind gefangen, die meisten so, der ist schon mal weg die nerven immer ich mag die nicht so also das verbrauchen wir jetzt das hat jetzt unsere Marginite aufgefüllt ziemlich ne energiezelle ich geh jetzt weiter ich geh jetzt weiter ich geh jetzt oh Gott, ich dachte nein zurück würde zum Tornhälter dann werde ich erst mal ich hab jetzt erst nur zwei Parts aufgenommen ist mir jetzt egal und dann hör ich auf wieder mal kurz kurz was hab ich jetzt im Stab ausgehört naja Angewohnheit vielleicht ist Angewohnheit bestimmt ganz bestimmt und wir könnten ja irgendwann mal wenn wir den Anstand dann zum Aquacate bringen, dann müssen wir nämlich auch zu Cupclone gehen dann können wir mal ganz runter gehen ich warte gleich bis jetzt dann noch nicht ich weiß es nicht siehst du nicht? ich ich bin nicht dafür ich bin nicht dafür ja